Hallo und herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, zu diesem weiteren Teil von Let's Plays Bayern Götter Diebel, dem 15., äh, ich glaube 16. Teil. Und würde jetzt sagen, wir machen, wie im letzten Video noch angekündigt, das... äh, die Plünderer-Action. Es gibt insgesamt vier Plünderer. Einer dieser minderwertigen Plünderer ist direkt hier. Müllabwerfen auf festem Boden verboten. Müllabwerfen auf festem Boden verboten. Unerlaubtes Manöver. Kollisionsrisiko hoch. Leck mich. Da geht's normalerweise zum ersten Plünderer. Es gibt insgesamt vier. Ja, vier Plünderer-Hölde. Passt auf. Vorsicht, Miss Jay, Plünderer! Ich zahle jetzt mal 100 an den. Lassen Sie sie nicht entkommen, Miss Jay! Yeah! Das war cool, da verdiene ich auch dann Materialien. Gerade noch rechtzeitig. Immer schön die Kirchen da kaputt machen. Und wenn ich halt den Turbo immer eingeschaltet habe, dann fühle ich halt immer nur mit Vorsicht, mit W, A, S, D. Weil es irgendwie mal der Turbo ausgeht. Wie schon ab dem Rennen zum Beispiel, dass ich mich dann so nach Fort bewege. Ja, jetzt müssen wir den halt verfolgen, bis wir halt da angekommen sind. Und das ist jetzt. Schießen Sie, Miss Jay, er kann nicht entkommen! Zeigen Sie keinen Gnade! Wer sitzt in der Falle? ZACK! Erstmal kriege ich das Ganze, äh, das Ganze wieder zurück. Und glaub dann noch ein bisschen mehr. Plünderer Beute. Und jetzt beamt sie mich normalerweise automatisch wieder zurück. Nach Hillis. Jo. Da. Da draußen ist auch noch eine, da wo wir vorher waren. Da ist das nächste. Plünderer! Auch schon wie sie. Haben sie die Technologie von der, der Alpha Abteilung da geklaut. Boah, das ist zwar knapp. Scheiße! Noch mal. Vorsicht, Miss Jay! Plünderer! Lassen Sie sie nicht entkommen, Miss Jay! Ah! Huh, knapp. Ich kann euch sagen, äh, in... Du kannst mich nicht aufeinander machen. Er... Ähm... ... ... ... ... ... ... ... ... Hier wird es wirklich knapper Ich seh jetzt ja wie knapp das wird da, alter Scheiß. Ja. Ja. Nächste Perle. Siebte Perle. Äh, nächsten zwei Folgen noch, aber ich weiß jetzt nimmer genau, ich weiß halt nur noch, wo ein Blindere ist. Sie verlassen die Territorialen Gewässer. Letzte Warnung. Ich find das irgendwie voll schön, äh, das jetzt gerade hier. Ich glaube auch noch die Blindere Höhle. Ja. Blindere Höhle 3. Vorsicht Miss Jay, Blindere! Lassen Sie sie nicht entkommen Miss Jay. Das war krass. Ich muss ja in der ganzen Sache auch was. Boah, schade, ich den Boost nimmer mitgenommen. Ich bin nicht da. Ich glaube, dass wir schon zu spät sein, kann es sein. Zu spät! Ja, ist nichts für mich, gut. Vorsicht Miss Jay, Blindere! Nicht bei uns als Grabgeklingung, da ist hoffentlich nicht für mich. Ich setze, setzt sie was. Das war krass. Ja, jetzt habe ich schon mal alle gemischt. Schnell, die Tür schließt sich. Nicht schon wie... Ich werde es jetzt so offen machen, bis ich es geschafft habe. Ja. Ich habe halt mal gefragt, dass sie fragen kann, aber ich habe nicht bestätigt, dass sie die Röpfel her nicht packen kann. Schnell, die Tür schließt vor. Ja. Zu spät. Ja. Zu spät. Ja. Vorsicht Miss Jay, Blindere! Ah, wir können grad leiter. Ja. Was ist das so richtig? Das ist ja so für ein Fakt. Glockenze. Ja. Was ist das? Wir können das. Ich denke, die Affiliate. Ich denke, die Affiliate zu haben. Ich habe die Affiliate, die Affiliate zu haben. Das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Nein, überhaupt schon so weit. Ja. So. Geh von mir. So, du Motherfucker, gehst mir. Du und Busser. So, jetzt kommt dann die letzte Plündererhöhle und dann geht's Richtung Mond. Mond. Da ist, ich glaube, die Luga. Also, ich glaube, weiß ich. Da waren wir jetzt ja gerade drin. Da ist. Arme finden, die Küsten kaputt. Eine weitere Schiffladung verloren. Na ja, Samstag ist viel schalt, je wie. Muss ich leider helfen, sage ich jetzt mal. Obwohl die gar keine Lust haben. Aber man muss ja von der Feuerwehr aus, Alter. Das freckt mir jetzt schon wieder auf. Wie kommst du jetzt da drauf, dass sich die Tür schließt? Oh, das war knapp. Oh, Gott, schon wieder. Oh, Gott, schon wieder. Jetzt gibt doch Gas. Wenn der Werken gestrickt, scheiße. Alles schade. Alter, ich bin so gut. Ja, bis auf das jetzt mal, wenn bei minderer Höhe die drei Versuche oder vier benötigt habe. Aber scheiß drauf. Wenn ein gut gut ist. Oh, oh, oh. Alter Verwalter. Das war ich die letzte Plünderung. All eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, Sieben fehlen mir noch. Und eine ist ja bei dem komischen Typen da noch. In der anderen Akut aber. Wenn die gegen den gewinnen, dann kriege ich ja. Da gibt es wieder solche. Wenn die gegen den wegkriege, ja, das war eine. Ja, das spiel ich so schwer. So, und jetzt würde ich sagen, geht's auf zum Mond. Einfach jetzt, ganz gediegen im Darstellen. Ganz gediegen in den Weltraum fliegen. Auf. Das Rino heißt auf Deutsch, weil wer es nicht weiß, das ist... Äh, Nashorn, Rino. Dann werde ich dann ein paar Mal Need for Speak spiel, da spiel. Da ist der Sender. Da müssen wir irgendwie hinein. Da geht's dann später runter. Sender hingau. Von außen hat man eine gute Sicht auf den Sender. Ja, sobald wir den Bericht fertiggestellt haben, müssen wir hierher zurück, um ihn zu verbreiten. Johnny, ich habe die vermutlichen Positionen der Alphas lokalisiert und auf deiner Karte verzeichnet. Schick uns die Fotos. Da, essen. Kaufen wir auf jeden Fall. Kontoidentifizierung. Vielleicht das Teil hier. Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie... Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie vollständlich hinterher. Boah, wegen zwei. Oh, warte, hier gibt's ja noch. Oh, warte, hier gibt's ja noch. So, nee. Okay. Gut, dann kann ich nur noch sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich glaube, ich schätze jetzt mal, es kommen noch zwei oder drei, würde ich jetzt mal denken. Und Entschuldigung, dass gerade mein Stichvater so unangenehm eingeplatzt ist. Und, ja, ich hoffe, das kommt nie wieder vor. Ich werde auch wahrscheinlich diese Stelle dann etwas leiser machen. Und, ja, dann kann ich nur noch sagen, vergewaltigte Like-Barten wie immer. Und ich freue mich schon auf die letzten zwei Folgen. Und auf Wiedersehen. Adios, amigos.